Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Für heute wieder Vokabel und kurze Sätze. Hoy Vokabulario y Frases Cortas. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Für mich, für mich, para mi, para mi. Und was ist es? Y que es? Komm mit, komm mit. Ven conmigo, ven conmigo. Gut, ich gehe mit dir. Gut, ich gehe mit dir. Bueno, voy contigo, voy contigo. Sehr afreut sein, entzückt, encantado oder encantada. Malsehen, malsehen. Verstehen, haber. Der junge Mann, der junge Mann. El joven. El joven. Das Profil, das Profil. El perfil. El perfil. Verstehen, verstehen. Comprender, comprender. Comprender, comprender. Sich kennenlernen, sich kennenlernen. Conocerse, conocerse. Heute Morgen, heute Morgen. Esta mañana, esta mañana. Der verbeagent, der verbeagent, der verbeagent, der verbeagent, el agente de publicidad. El agente de publicidad. Der Typ, der Typ, el tipo, el tipo. Ich habe dich hierhergebracht. Ich habe dich hierhergebracht. Te he traído aquí. Te he traído aquí. Das Studio, das Studio, das Studio, el estudio, el estudio. Die Probe, die Probe. La Prueba, la Prueba. Ich habe es sehr eilig. Ich habe es sehr eilig. Tengo mucha Prisa. Tengo mucha Prisa. Träumen, träumen. Soñar, soñar. Pues con estas imágenes estamos soñando. Mit diesen Bildern träumen wir. Muchas gracias y hasta mañana.